Nach seinem Kritiker erfolgte Lobster, eine unkonventionelle Liebesgeschichte aus dem Jahr 2015 kommt am 28. Dezember der neue Film des griechischen Regisseurs Jorgos Lantimus, 44, in die deutschen Kinos, The Killing of a Secret Deer. Worum geht es in dem Rache-Thriller mit dem ungewöhnlichen Titel? Wer spielt mit? Und wie kommt der Film bei den Kritikern an? Wir haben die Antworten. Ein Teenager mischt eine Familie auf. Herzchirurg Steven Colin Farrell und seine Frau, Augenärztin Anna Nicole Kimen, führen ein Bilderbuchleben. Mit ihren beiden Kindern Bob, Sunny Suljic, und Kim, Rafa Cassidy, wohnen sie in einem schönen Haus in einem Nobel-Vorort von Cincinnati. Die perfekte Familienidylle, bis der 16-jährige halbweise Martin, Barry Keoghan, auftaucht. Steven kümmerte sich bisher heimlich um den Jungen, da Martins Vater sein Patient war. Eines Tages stellt er Martin seiner Familie vor. Er macht einen guten Eindruck, doch das Unheil nimmt seinen Lauf. Es kommt heraus, dass Martin Steven offenbar mit seiner Mutter, Alicia Silvers Ton, verkuppeln will. Nach einem peinlichen Zwischenfall bricht der Herzchirurg den Kontakt zu dem Jungen ab. Doch Martin will das nicht hinnehmen, er terrorisiert Steven förmlich, lauert ihm sogar auf. Es kommt noch schlimmer, Stevens Kinder können plötzlich ihre Beine nicht mehr bewegen. Woher kommt diese mysteriöse Lähmung? Ehefrau Anna wird misstrauisch. Hat Martin etwas damit zu tun? Und was ist wirklich mit seinem Vater passiert? Nicole Kimen ist besser als je zuvor. Für Colin Ferrell, 41, ist es bereits die zweite Zusammenarbeit mit Jorgos Lantimus. Colin Ferrell ist genauso großartig wie in Lantimus letztem Werk The Lobster, schrieb der Independent über die Performance des gebürtigen Iren. Auch für die Darbietung von Oscar-Gewinnerin Nicole Kimen, 50, gab es viel Lob. Nicole Kimen ist besser als je zuvor, urteilte The Hollywood Reporter. Regisseur Jorgos Lantimus gewann für sein Werk bei den internationalen Filmfestspielen von Cannes im Jahr 2017 die Auszeichnung für das beste Drehbuch. Der junge irische Schauspieler Barry Keoghan, 25, war 2017 bereits im Kriegsdrama Dankag zu sehen. Für den Darsteller des Teenagers haben wir hunderte Kandidaten angeschaut, bis wir schließlich mit Barry Keoghan die perfekte Besetzung fanden, Ich weiß nicht, wie der Film ohne ihn geworden wäre, so Lantimus im Interview mit der Frankfurter Neue Presse. Clueless-Star Elisha Silveston, 41, überrascht zudem in einer Nebenrolle. Sowohl der Filmtitel, DT, die Tötung eines heiligen Hirsches, als auch die Thematik um Schuld und Sühne spielen auf griechische Tragödien an. Der Mythos der Ephigenie wird als Referenz verwendet, König Agamemnon hat im heiligen Hain von Artemis, der Göttin der Jagd, einen Hirsch erlegt. Ein Seher weiß sagt ihm, dass er seine älteste Tochter Ephigenie opfern muss, um die Göttin zu besänftigen. Geplant war dies jedoch nicht, wie Jorgos Lantimus im Presseheft zum Film erklärt, Die Mythen haben uns zwar nicht zu The Killing of a Secret inspiriert, aber bei der Arbeit am Drehbuch erkannten wir selbst die Parallelen und verfolgten sie weiter. Ist es nicht interessant, dass die Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen, so alt sind? Sie sind ewig. The Killing of a Secret ist eindrucksvoll, einmalig und seltsam, jedoch auch eisig, unnahbar und zu enigmatisch, lautete das Fazit von Entertainment Weekly. Ein Muss für jeden, der sich für mutiges Filmemachen interessiert. Der griechische Regisseur zementiert damit seine Position als einer der interessantesten zeitgenössischen Filmemacher der Welt, heißt es bei The Hollywood Reporter. The Killing of a Secret ist demnach keine leichte Kost, aber durchaus einen Besuch im Kino wert.